Hallo Marseille! Mach mal aus wie zu, ja? Hallo! Ja! Auf! Du ziehst ja auf. Du kannst ja auch gucken, bitte. Film, bis du aufsetzt. Ja, okay. Dann mach ein neues Video. Wow! Dann mach ein neues Video, wie du einparkt. Nichts, Mois, ist dein heutiger Fest? Nein. Du musst jetzt noch mal versuchen, zu trinken. Ja. Nee, tut man langsam besser. Nee, das hat ja nicht gehofft. Das ist gut, ne? Nee, jetzt müssen wir da was los machen. So, das ist gut. Ja. Und sie hilft es gut. Ja. Ja. Ja, warte mal. Ja, jetzt geht's, das tut nicht mehr so weh. Aber da muss noch mehr mit homi Schicksal, 그대로 geht's nicht mehr so Pop. Du bist so schön, Chopop. Du bist so. Ja, das ist so well. Ja, das wird nicht nur. Du bist so schön, wie. Ich gebe euch auseinhalb Ells beendu bạnbe. Uuuulb treatments Dinge. Danke. Ich gebe euch weiter, save ich mich noch Beispiele auf Spästabbonne Und dort ist das schönes Wasser. Nee! Das ist ja ich mag den Trink jetzt. Du hast Video, oder? Ja. Ach, doch! Das ist schnell. Das sind Baug. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das müsste so was sein. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ja, das ist so. Ich kann es nicht. Danke. Es ist ein bisschen, und Paris? Achtung! Ich hab jetzt was hier zu überlebt! Wow! Ich hab's überlebt! Wo ist das Technikum? Ist das Technik da drin? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Flughafen von Boa Vista. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschaltet, bis wir unsere endgültige Parkposition nahe haben und auch die Leuchtzeichen über in der Nuschen Relief gehen lassen. Ladies and Gentlemen, welcome to the airport of Boa Vista. Es geht um einen dritten Flughafen von Boa Vista und die hier auf Boa Vista aufsteigen werden, um ihren Urlaub zu genießen. Wir danken Ihnen, dass Sie heute unsere Gäste waren und Sie wünschen Ihnen einen erholsamen und besornigen Aufenthalts. Wir wollen uns auch sehr freuen, Ihnen hier auf dem Ritzflug wieder an Bord begrüßen zu dürfen und bezeichnen, alles Gute für Sie und auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, die Zeitkirchen Garecht und die entire Crew would like to say goodbye on behalf of the future operator, all passengers leaving us hier vor Wissar. Wir thank you for being our guest today, and by the way we wish you a relaxing and sunny day. We are looking forward to welcoming you on your return flight. Take care, bye bye, und auf Wiedersehen. Nur eine Information für alle Passagiere, die sich im Weiterflug nach Saal befinden. Wir dürfen an Bord bleiben, wir erwarten hier vor Wissar noch einige Zusteiger. Und wir haben uns, dass die Bodenaufenthaltszeit sich recht kurz gestalten wird. Ladies and Gentlemen, die Zeitkirchen für alle Messagern mit dem Ritzflug zu Saal, die Kami asket ihr, bleiben an Bord. Danke schön. Und wie war die Aufsetzung? Holbrich. Ich hätte Glück jetzt nicht gespürt, guck mal, wie bei einer Achterbahn. Guck! Wow, wow, wow. Die Flackel, aber die sehen voll unstabil aus. Die müssen flexibel sein, das können sie brechen. Guck mal, daum, baum, baum. Ja, die brechen auch bei Übergewicht. Guck mal, sonst ausgleichen. Sieht das iPad das mit? Sagt die Flackel?